Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Schminken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Schminkt. Schminkte. Hat geschminkt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich schminke. Du schminkst. Er schminkt. Wir schminken. Ihr schminkt. Sie schminken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schminkte. Du schminktest. Er schminkte. Wir schminkten. Ihr schminktet. Sie schminkten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geschminkt. Du hast geschminkt. Er hat geschminkt. Wir haben geschminkt. Ihr habt geschminkt. Sie haben geschminkt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schminke. Du schminktest. Er schminkt. Er schminkt. Wir schminkten. Ihr schminktet. Sie schminkten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schminkte. Du schminktest. Er schminkte. Wir schminkten. Ihr schminktet. Sie schminkten. Den Schluss macht der Imperativ. Schminke du. Schminken wir. Schminkt ihr. Schminken sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb schminken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. App.